na bett zusammen ich begrüße euch an diesem wunderschönen mittwoch wieder mal gegen einen kleinen stream gegen die einsamkeit freut mich dass ihr wieder so zahlreich hergefunden habt wir werden heute wieder ein bisschen rätseln meinem ohr geht es wieder gut warte diesem ohr hier und ich würde sagen nutzen wir den moment so muss erstmal hier so ich habe mich auch mit kaffee versorgt nach unserer letzten glanzleistung mit diesen planeten habe ich ein bisschen angst was heute so erwartet aber das wird gut werden das wird erstmal laden meine freunde erstmal laden wollen wir den aufgehört 416 der hahn der hahn wir wollen nicht den hahn vergessen so ich erinnere mich noch wie geht es dem ich erstmal erstmal grüße gehen raus erst man alle danke erstmal jens für deine tatkräftigen einsatz und den test der umfragefunktion wir sind diesmal richtig krass am start wir sind technisch noch mal eine ganze stufe nach oben gekommen wir haben jetzt die umfragen aktiv das heißt wenn wieder sollten wir diese folge wieder zu diesem moment kommen dass wir positiv oder negativ oder was auch immer alles entscheiden dürfen da wird der jens eine entsprechende umfrage starten und dann könnt ihr direkt klicken und ich sehe dann irgendwann das ergebnis ich habe zwar das ergebnis von der umfrage davor nicht gesehen aber das wird das wird wir werden das ergebnis irgendwo wird es sichtbar sein und dann geht's los grüße erstmal an alle die da sind schwappi trucker day von across galan kali sessi ist da der sven ist da der w ist natürlich der falk ist am start kuchen ist auch da magic 19 blue ist da es ist alles ist voll alle arena ist auch da nabend nabend es war alle eine alle auch die dich übersehen habe weil der chat ist nicht endlos lang ich weiß noch dass white love habe ich doch gerade gesehen grüße gehen raus grüße gehen es war grüße gehen raus und alle freue mich dass ihr da seid so ton ist hoffentlich okay ich habe nichts geändert insofern sollte passen und wir machen jetzt mal munter jeweils im gucken ob ich für mich ein bisschen leiser machen kann hoffentlich stürzt das spiel jetzt nicht ab aber für mich ist gerade ein bisschen laut oh ja guck mal hier oh ja so ist gut jetzt könnt ihr schön mal spotify overlay sehen das läuft würde ich sagen das läuft würde ich sagen so ok jetzt fangen wir an uns zu erinnern ich weiß noch wie am letztes mal eine dieser figuren aufgesammelt in der figur da konnte man dann in dieser schachfigur konnte man so ein messerchen raus organisieren und das hat auch wunderbar funktioniert mit kugel erstmal nochmal sammeln was los war ich muss echt verstehen ich bin nicht mehr so ganz drin wenn so die musik zu ende ist ist das feeling so wie bei einem konzert wo man sich fragt geht es gleich los das ist dieses warten und dann kommt geht es los dann fahren die lichter runter unsere konzerte wir haben es ja gerade als thema wir vermissen alle sehr die konzerte aber bald bald vielleicht also nächstes jahr vielleicht mal wieder ich freue mich schon ich freue mich schon so immer kurz sammeln und gucken was hier los ist wir hatten wir haben das tagebuch von william haben kurz reingeguckt da waren diese ganzen informationen drin erinnert euch noch das werden alles rätsel sein die wir später das wird wahrscheinlich ich vermute das wird das ende sein heute nerven ich meine haare hier das wird das ende sein später da werden wir dann nachdem wir alles gesammelt haben diese rätsel lösen müssen dann kommen wir in die kammer und dann wird wahrscheinlich teil eins zu ende sein so werde ich das so vermute ich das mal dann haben wir diese schwarze kugel sie fühlt sich merkwürdig an sie sieht auch merkwürdig aus muss ich doch mal lauter machen leute ist es mir zu leise 54 so dann haben wir dieses kleine messer in dieser figur ein raus rein raus ok dann haben wir einen schmuckkasten ist als hätte ich diese melodie schon mal gehört kannst du sie auch noch mal abspielen nein können wir vielleicht mit diesem ding und dem messer in den schmuckkasten so auseinander nehmen nein dann haben wir noch ein papier fetzen für meinen vergesslichen kopf der weg zum schlüssel beginnt in der bibliothek bei meinem schreibtisch das hatten wir ja gemacht den weg sind wir abgegangen ok was haben wir noch wir haben williams uhr eine goldene taschenuhr wunderschöne handarbeit geht es einem ohr besser ja meinem ohrchen geht es wieder wunderbar inzwischen alles wieder tutti ich hatte so tropfen und dann musste ja wollen wir nicht drüber reden es war nicht schön aber es ist jetzt wieder gut ne jetzt ist es wieder gut erstmal gucken hatten wir noch was verpasst habe ich irgendwas verpasst ich finde ich bloß nicht die haare abschneiden hörst du ja aber die sind halt kaputt ne die sind wirklich kaputt die sind wirklich kaputt die sehen aus so die sehen aus wir haben das seltsame objekt wir haben einen schlüssel wir haben eine kamera mit film wir haben die karte wir haben dieses hässliche bild wir haben eine münze gut ich hab ich denke mal wir sind mit dem raum fertig also jetzt einmal kurz an die experten die sich schon aus kennen haben wir hier soweit erstmal alles oder gibt es hier noch was sonst würde ich jetzt erstmal wieder vorschlagen wir gehen weiter ich weiß zwar noch nicht wohin aber einfach mal treiben lassen hab kein pc nur handy und finde in den einstellungen nichts wer bist du was ist das fein ort was ist deine aufgabe wo ist deine ware wo ist xadas hast du vergessen wo ist xadas ich glaube wir haben erst mal alles hier wenn es hier noch was gebe dürftest du das zimmer nicht verlassen okay dann gucken wir hier werde ich nichts mehr entdecken ah guck mal samuel sagt mir das doch sogar ich muss bei dem bruder er steht plötzlich wieder was was ist jetzt passiert endlich sind sie aufgewacht langsam haben wir uns sorgen gemacht dass ihnen etwas zugestoßen ist was ist dir passiert samuel ich weiß es nicht ich bekam plötzlich höllische kopfschmerzen danach erinnere ich mich an nichts mehr wie bin ich in mein zimmer gekommen bates fand ich bewusstlos auf dem dachboden ja ich wollte oben aufräumen da habe ich sie auf dem boden entdeckt ich bin zu sir robert geeilt und wir haben sie in ihr bett gelegt damit sie sich erholen samuel ich habe dir doch gesagt dass du dich nach einer so langen reise ausruhen sollst vielleicht hattest du recht ich habe keine ahnung was passiert ist ich erinnere mich vage an einen seltsamen traum weiß aber nicht was er bedeuten könnte hauptsache es geht jetzt wieder besser ja stimmt am besten du schläfst dich richtig aus diesmal werde ich deinen rat befolgen robert gut dann lassen wir dich jetzt in ruhe wenn es wieder schlimm wird melde dich danke ich fühle mich schon etwas besser kommen sie bates wir lassen samuel ein wenig schlafen ja so robert hat recht ich sollte mich ausruhen morgen ist auch noch ein tag kapitel zwei einmal großen applaus an uns alle wir haben das erste kapitel beendet ich bin für heute reichst du noch oder was viel geschafft bedanke mich bei euch fürs zusehen wenn ihr bock habt zurück ins licht okay bis jetzt spannend man will schon wissen wie es weitergeht ne ist das der teich oben ist der jetzt wieder sauber ok 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 samuel junge also heute nacht hatte ich einen furchtbaren albtraum am morgen wurden meine gedanken jähr unterbrochen als es an der tür klopfte so machen sie auf was ist denn bates machen sie auf so ich muss ihnen etwas erzählen warten sie bates ich bin gleich da erstmal anziehen welt was haben sie denn es ist furchtbar so henry unser gärtner ich habe gesehen dass es henry gefunden ja beruhigen sie sich bates wovon reden sie man fand ihn heute morgen tot im gartenteich ich weiß wovon ich rede ich habe gesehen wie seine leiche geborgen wurde wie ist es passiert ich habe keine ahnung inspektor collier wird ihnen das sagen er leitet die ermittlungen und jetzt möchte er mit ihnen sprechen er gab keinem von uns die gelegenheit den schock zu überwinden nicht einmal madem wo finde ich ihn er wartet im gemeinschaftsraum auf sie wir sollten besser sofort hingehen sir in ordnung gehen wir inspektor collier ja samuel gordon nehme ich an ich muss mit ihnen sprechen mr gordon wissen sie was passiert ist ja bates hat mir alles erzählt gut ich muss ihnen ein paar fragen stellen können wir ja haben sie gestern mit henry stanton gesprochen ja ich kam erst gestern an aber ich habe tagsüber mit ihm gesprochen sie kamen gestern an ja für williams beisetzung verstehe worüber haben sie mit stanton gesprochen ich weiß es nicht genau es war eine ganz oberflächliche konversation also scheiß ist was er macht hat sie ihn von früher nein ich kannte nur mr dickens henrys vorgänger das war bevor sie das schloss verlassen haben ja vor etwa zwölf jahren okay kommen wir zurück auf ihre konversation gestern mit stanton kam er ihnen irgendwie seltsam vor nervös oder aufgeregt nichts dergleichen er benahm sich völlig normal sie meinen also er wirkte normal richtig vor dieser befragung habe ich mit morris ihrem stallburschen gesprochen er sagte mir dass den gerne einen über den durst getrunken hat ja das habe ich auch gehört mit dem victoria hat es auch bestätigt was halten sie davon naja man fand ihn im gartenteich in den wasserpflanzen verheddert ich weiß noch nicht wie er dort landete aber es ist wahrscheinlich dass er in betrunkenen zustand hinein fiel vielleicht ist er gestolpert hat das gleichgewicht verloren und ist ins wasser gefallen möglich aber glauben sie nicht dass das kalte wasser ihn geweckt hätte genau das gegenteil das wasser hat seinen tod herbei geführt er wurde ohnmächtig viel in den teich und das kalte wasser tat das übrige herz stillstand er wäre nicht der erste trinker der auf diese weise ertrunken ist die ironie ist allerdings dass es nicht in einem see oder einem fluss passiert ist sondern in einem kleinen gartenteich tja man kann sich seinen tod nicht aussuchen wenn sie keine fragen haben will ich sie nicht länger aufhalten danke vorläufig habe ich alles was ich brauche würden sie mich bitte hinaus begleiten aber sicher bitte sehr inspektor ich habe ich werde jetzt auf dr hermanns bericht warten und dann den fall abschließen danke für ihre zeit gordon gern geschehen inspektor wiedersehen wiedersehen will den fall abschließen jetzt wo henry tot ist muss ich einen weg finden um an den zweiten teil dieses seltsamen objektes zu kommen der hatte ja sein ihr wisst schon diesen schrieb der trinker ertrinkt da sieht man das wasser wieso begleiten raus das müsste doch bates machen oder ja man kann ja höflich sein als quasi hausherr hier muss man ein bisschen pflichten übernehmen das ist ja wichtige persönlichkeit die müssen umschmeichelt und umsorgt werden nicht wahr ich würde sagen dann gucken uns doch mal um bei dem gartenteich und vor allen dingen in seiner kleinen gartenlaube mal gucken was wir da jetzt alles finden jetzt wo er tot ist können wir uns da in ruhe umsehen verrückt jetzt geht es aber echt los hier herrliches wetter ja es ist normal beim laufwuchs ist immer dunkel und regnet das ist ganz normal so wo war denn jetzt dieser gartenteich war der nicht irgendwie so hier so gehen und dahin samuel gehen und dahin england dann hat nichts mit england zu tun das hat was mit mir zu tun ich glaube spiele haben automatisch so ein flag drin so blaufwuchs flag wenn die aktiv ist muss es dunkel sein und regnen war doch hier bin mir doch ganz sicher dass das hier war zum hinteren garten ja zum hinteren garten na da ist er guck mal gefunden so mal umschauen springbrunnen wirf mal ein blick hinein laut bates und collier hatte sich henrys leiche in den wasserpflanzen verheddert aber wie kann er nur darin ertrunken sein das kann ich dem nicht sagen machen wir mal ein rechtblick twitch stottert bei mir ganz erheblich also zumindest von meiner seite aus kann ich euch schon mal versichern alles zu lieben hier ist alles fein und nice also liegt nicht an mir da bin ich mir sehr sicher ich muss mal was essen bis später lass ich schmecken am boden glitzert etwas was kann das sein sammeln ist doch ein am boden glitzert etwas was kann das sein einfach einsammeln hätte henry nicht bitten sollen den springbrunnen zu säubern wie hätte ich wissen können dass so etwas passieren würde so wie kommen wir denn jetzt daran an das wasser glitzert wir brauchen wahrscheinlich so eine art cash oder sowas er ist sich natürlich zu fein er ist sich zu fein jetzt da rein zu gehen und das raus zu holen es ist ganz klar das geht nicht das wasser ist noch drüber als gestern ja da war ja auch gerade eine leiche drin ist wasser ist noch drüber als gestern mehr gibt es da erstmal nicht am boden glitzert ja wissen wir wissen das ok kommen wir eigentlich ran aber dann erkältet er sich fuchs guti wenn einer eine idee hat wie wir da rankommen auch jetzt im späteren verlauf hallo kann ich überhaupt noch schreiben ag falke willkommen zurück heute haben aber einige probleme mit twitch habe ich das gefühl wir sollten mal wechseln war youtube ruft jetzt wo wir gerade technisch auf die die umfrage hinauf gestiegen sind verlassen wir die plattform wir bleiben schön da zum rechten flügel ja wir gehen jetzt erstmal zum gartenhaus würde ich sagen oder bei mir läuft alles bei mir läuft alles ja ich glaube auch immer läuft wieder hoffe nicht dass das aufkommende wetter hier bei uns einfluss nimmt sie tue ich leider gerade nichts twitch mag mich heute nicht wir haben uns einen schlechten zeitpunkt ausgesucht ich muss wechseln auf den donnerstag huch sound spiel so leise auf einmal also ich habe nichts geändert das ist alles exakt gleich ich habe wirklich nichts getan und wenn ich so den gewitter ausschlag sehe ist er auch genau so wie es eigentlich normal ist so jetzt kommen wir uns mal um hier sie sind säcke das laub wird bald verrotten die säcke sind riefend nass vielleicht hat henry vergessen das laub zu verbrennen naja oder er hatte einen job übernimmt nachdem diese sache geschehen ist das werden wir rausfinden wahrscheinlich erst mal keiner mehr so vor allem vielleicht hat er vergessen sie zu verbrennen auf die idee zu kommen dass der mann vielleicht einfach noch nicht geschafft hat weil es so viel laub ist auf die kommt er ja gar nicht guck mal bei den hexern noch mal rein vielleicht ist wieder rot es ist voller regenwasser es muss gesäubert werden bevor es wieder verwendet werden kann sonst noch irgendwas spannendes hier zu finden da würde ich sagen rein ins gewächshaus oder gehen wir zu henrys leiche und kack ihn ja ich könnte mir vorstellen weil samuel das jetzt tatsächlich eben noch zum zur leiche hin laden also ich weiß du bist jetzt ja gerade tot aber junge die säcke du hast die säcke noch nicht mal alle verbrannt was stimmt denn die mit dir also ich könnte mir das vorstellen. Samuel, der ist so drauf. Gucken wir uns mal die Kiste an. Okay. Nichts Wichtiges. Okay. So, kleiner Tisch. Gucken wir mal, was da so rumeiert auf dem kleinen Tisch. Und eine Dose mit Pinseln. Mhm. Malersachen. Sonst nichts. Willst du die nicht mitnehmen? Nein. Gut. Muggelig wie so das Regenzeug auf das Dach drauf klötert. Ja, läuft wohl nicht bei mir. Wünsche euch viel Spaß. Och, Falke. Du bist sadness. Ich grüße dich. Ich werde dich vermissen, Falke. Ich brauche doch dein Gehirn. Ich brauche doch dein großes, voluminöses Falkengehirn. Das geht doch so nicht. Gemälde. Das Schloss Black Mirror. Ja, das hatten wir ja schon. Da hat sich nichts getan. Der Falke. Sie fliegen. Sie fallen wie die fliegen. Schublade. Sie geht nicht auf. Oh, doch. So. Was haben wir denn hier? Gartenwerkzeug und kleine Säcke mit Düngemittel. Ich sehe nirgends einen Pfandschein. Hm. Hat ja gesagt, er den weg... Wo kann Henry ihn nur aufbewahrt haben? Hoffentlich nicht an seinem Körper. Kann chatten, aber wenn ich kein Bild habe, ist das doof. Ja, so ohne Bild und... Also Ton ist ja schon etwas. Das ist dann wie das Hörbuch. Ja, das Black Mirror featuring the Fuchs. Das ist ein Hörbuch. Ne, aber was nicht geht, geht halt nicht. Oh, Falke. Ich hau's wieder auf YouTube. Aber es ist natürlich nicht das Gleiche. In der Schublade ist nichts von Interesse. Okay. Nichts von Interesse. Was ist das? Samen. Pflanzensamen. Vielleicht Bohnen. Sieht doch aus wie Bohnen tatsächlich. Kann man aber auch nicht mitnehmen. Schublade. So, ja, aber... So eine... So eine Geschränke. Ein Flachmann. Natürlich hat er einen Flachmann. Ist doch klar. Er ist zu. Wahrscheinlich voller Whisky. Henry hat ihn hier verstanden. Er hat ihn nicht versteckt, damit er ihn alleine trinken konnte. Er hätte ihn doch auch, wenn er ihn nicht versteckt hätte, alleine trinken können. Oder ist das hier so üblich? Ja, hier komm, bist du auch. Ja, sicher. Komm hier. Oh. Wer kennt es nicht? Metallkiste. Öffnen. Abgeschlossen. Oh. Warte, aber ich hab hier dieses Ding. Bup. Nein? Okay. Irgendwelche Schlüssel, die dafür passen könnten. Nee, 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 keine Schlüssel mehr. Hm. Leider noch nichts. Wir müssen einen Schlüssel finden. Gut. Hier ist nichts mehr. Apropos Hörbuch. Oh, schlechter von Ark. Eine gute Idee. Danke, dass du mich daran erinnerst. Erinnere mich an... Erinnere dich an den Albtraum. Da war ein Schlüssel im Wasser. Oh. Natürlich. Wir müssen jetzt nur das Ding aus dem Wasser rausfischen. Aber wie? Wir müssen irgendwas finden. Schauen wir uns mal weiter um. Wir haben noch eine Gießkanne. Sie ist mit klarem Wasser gefüllt. Ich möchte nichts gießen. Ja, aber ich vielleicht? Fragst du dich auch mal, was ich möchte, Samuel? Noch mehr Blumentöpfe? Sie sind leer. Bereit zum Bepflanzen. Können sich da ein paar Bohnen reintun, ne? Also, ich glaube, wir haben erstmal wieder alles soweit. Wir wissen auf jeden Fall jetzt, da ist eine Kiste. In der Kiste wird bestimmt der Schein sein. Und um an die Kiste ranzukommen, werden wir den Schlüssel brauchen. Und der Schlüssel ist im Wasser. Da glitzert etwas. Obwohl ich auf dem Laptop U-Block und NoScript habe, um nicht nackiges im Netz zu surfen. Um nicht nackiges im Netz zu surfen. Das ist schon, ich hätte einen strange Virus. Übrigens, gute Einstellung. U-Block und NoScript sind Basis-Add-ons, die ich nur jedem wärmstens empfehlen kann. Haut euch die auf den... Ist am Anfang ein bisschen nervig. Also vor allem NoScript, wenn man das erste Mal, so die erste Woche in seinem Leben dann mit NoScript surft, das Surfen macht keine Freude mehr. Aber das dauert so eine Woche, bis man all seine Standardseiten abgesurft hat. Und danach ist man einfach nur noch sicher. Die Jasper ist doch jetzt Autobahn-Kopf. Er macht mich fertig. Er macht mich einfach fertig, dass er diese Stimme jetzt hat. Aber naja. Mal sehen, was das noch wird. Ich bin gespannt. Der gute Autobahn-Simulator. Autobahn-Polizei-Simulator. Nach oben gehen. Ja, ich würde sagen, dann gucken wir uns jetzt wieder alles an. Ich wüsste jetzt nicht konkret, wo wir hin müssen, um was zu finden, um aus diesem Teich was rauszusammeln. Ist draußen vielleicht ein Gartengerät, mit dem man den Schlüssel rausfischen kann? Aber bei NoScript gibt es eine nette Funktion, Skripte temporär aktivieren. Ja, das kann man machen. Aber das sollte man natürlich auch möglichst vermeiden. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal in Richtung Stallungen und schauen, ob wir da irgendwas finden, womit man Dinge aus dem Teich rausfischen kann. Wer weiß. Und dann schauen wir uns einfach wieder von Bild zu Bild um. Viel mehr fällt mir da jetzt nicht ein. Quatschen mit den Leuten, wie die das so auffassen. Na, wie kommst du damit klar, dass dein Saufkumpane, den du nicht mochtest, jetzt tot ist? Ja, schrecklich, was da passiert ist. Schrecklich. So, hier scheint erstmal soweit nichts zu sein. Also gehen wir mal Richtung Stall. Also ich würde sowas, wenn, irgendwie beim Stall erwarten. Oder nicht? Ihr könnt natürlich Vorschläge rauslaufen. Ich bin für alles offen. So, komm. Hier haben wir. Bis auf ein paar Grafikfehler hier ganz am Rand. Da, Wagen. Gucken wir uns mal den Wagen an. Morris hat die Heusäcke rechtzeitig vor dem Regen reingetragen. Hat er gut gemacht, damit die nicht nass und eklig werden. Hab Bock über Marvel zu reden. Hat sich schwer ein paar Filmereig saugt. Man könnte mit dem dubiosen Kerl, der immer alles weiß reden. Uh, da hat's geruggelt. Ich bin hier bei Endgame ausgestiegen. So, ich geh mal gucken. Wer war denn der dubiose Kerl, der alles weiß? Bin ich der dubiose Kerl, der alles weiß? Du musst Namen nennen, die ich dann aber nicht weiß, weil ich mir Namen nicht merken kann. Dann musst du mir Orte nennen. Der Typ. Äh, ja der. Ihr wisst schon. Bates? Bates weiß alles. So, lass mal mit Morris reden. Morris, haben Sie einen Moment? Ja, sicher. Sag ich doch. Alter. Was, was sagen Sie dann über die Sache mit Henry? Was sagen Sie zu dem, was mit Henry passiert ist? War doch eigentlich unvermeidlich. Er hat viel zu viel getrunken. Es musste wohl so enden. Das hört sich an, als ob es Ihnen ziemlich egal wäre. Na ja, wir haben einander nicht gerade gemocht. Aber dieses Schicksal wünsche ich keinem. Sie haben ihn gefunden, oder? Ja. Ich musste etwas aus dem hinteren Garten holen. Und als ich am Springbrunnen vorbeiging, sah ich, dass etwas im Wasser war. Ich ging hin, um es mir näher anzusehen. Und er war in den Wasserpflanzen verheddert. Außer seinem Mantel konnte ich nicht sehen. Ist Ihnen sonst noch irgendetwas aufgefallen? Nein. Wissen Sie, ich bin in Panik geraten. Ich lief zum Schloss, um Bates zu holen. Ich dachte, ich wäre vielleicht verwirrt. Und hätte es mir bloß eingebildet. Aber es war wirklich Henry. Was passierte dann? Ich fuhr ins Dorf und holte die Polizei. Den Rest kennen Sie ja. Also hat Morris Henry gefunden. Okay, Morris hat Henry gefunden. Kannst du so ein Rechen nehmen, um das Zeug aus dem Teich zu wischen? Gute Idee, gucken wir gleich mal. Aber wir werden erstmal die Gesprächsoptionen noch alle durchgehen. Was ist mit Morris los? Waren Sie gestern im Stall? Aber sicher. Wo hätte ich denn sonst sein sollen? Das Licht war nicht an. Nun, vielleicht war ich gerade nicht da. Warum fragen Sie? Oh, ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Sie glauben, was mit Henry passiert ist, war vielleicht kein Unfall. Und dass jemand nachgeholfen hat, damit er in diesem Teich landete. Ich bin vielleicht ein Säufer und ein Querkopf, Sir. Aber ich bin kein Mörder. Niemand behauptet, Sie wären ein Mörder, Morris. Es war nur eine Frage. Na gut, in Ordnung, Sir. Wenn Madam hört, dass Sie mich verdächtigen, kann ich mir gleich einen neuen Job suchen. Hier in der Gegend gibt es kaum Arbeit. Und außerdem, wer stellt schon einen Mann ein, der ein lahmes Bein hat? Ich beschuldige Sie gar nicht, Morris. Zumindest noch nicht. Ja. Wart man ab, Morris. Wahrscheinlich war Morris mit ihm im Gartenhäuschen. Oh, nicht einbechern. Oh, scheiße, war ein bisschen zu viel. Und dann, ne? Ah ja. Brunnen. Morris, haben Sie den alten Brunnen zugenagelt, wie ich es Ihnen gestern gesagt habe? Nach nichts, Sir. Ich mache es heute. Es sollte schon gestern gemacht werden. Kein Wunder, dass Henry hineingefallen ist. Wie bitte, Sir? Sie wissen sehr gut, wie ich das gemeint habe. Ich möchte, dass er heute gesichert wird, sonst können Sie sich einen neuen Job suchen. Ist das klar? Sicher, ich mache das schon. Sie brauchen mich nicht anzubrillen, Sir. Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist. Warum habe ich ihn nur so angeschrien? Ich gehe dann jetzt. Ich gehe dann jetzt. Wer kennt das nicht? Eben noch schreien. Ich gehe dann jetzt. Ich gehe dann jetzt. Gut, machen wir eben weiter, ne? Ich wollte ihn nicht anschreien, Morris. Sorry. Digga, Bonbon? Habe ich noch Bonbons? Ne. So, dann schauen wir uns mal um. Also, wir können leider keine Rechen nehmen. Hier geht leider auch nichts. Pferde streicheln ist immer noch nicht drin. Macht mich ein bisschen traurig, muss ich sagen. Irgendwas, was von Relevanz wäre für ihn. Muckkasten? Nein. Ich glaube, davon ist nichts von Relevanz für ihn. Ne. Tja, dann scrollen wir hier nochmal den Bildschirm ab. Aber es sieht für mich so aus, als wäre da nichts. Wir können den Schalter nochmal drücken. Tagsüber ist es hell genug hier drin. Ne. Da geht es nur hinaus. Da oben ist auch nichts. Nöp, 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 nöp. Da sind wir hier wohl erstmal durch. Immer noch nicht drin. Wartest du auf einen Patch? Ist das ein Blut-Patch? Mit dem ausgefahrenen Messer im Turm Morris stechen. Nein, so schlimm ist Morris jetzt ja nun auch nicht drauf, dass wir hier den umbringen müssen. Er hat ein lahmes Bein und so. Ne, also bitte. Gehen wir nochmal wieder zurück und dann schauen wir uns weiter um. Ich würde sagen, wir schnacken erstmal innen drin mit den Leuten, wa? Gehen wir mal rein. So, wenn wir hier nochmal ein bisschen umgucken, ob hier was inzwischen Neues irgendwie aktiv geworden ist. Sieht aber nicht so aus. Gehen wir mal Richtung Esszimmer. Gucken wir mal bei Bates vorbei, ob der noch immer fleißig am Zwiebelnbraten ist und so. Ne, wer kennt's nicht? Erstmal in den Gemeinschaftsraum, komm. Gucken wir erstmal im Gemeinschaftsraum. Ich scrolle derweil nochmal ein bisschen rum hier. Let's go in den Gemeinschaftsraum. Jetzt ist hier keiner mehr. Dann können wir vielleicht endlich mal in den Schubladen rumwühlen. Aber hier scheint auch nichts von Interesse zu sein. Dieses Abgesuche der Screens, ne? Da kommen Retrofilings auf. Ich sag euch das. Zur Eingangshalle. Okay, ich bekomme auch leichte Probleme bei Schützen, aber noch sind sie in der Zeit. Ich sag euch, heute war kein guter Tag. Jetzt kann ich zwar wieder, mir geht's gut. Dafür geht's Twitch-Scheiße. Ne? So wird's sein. Gut, lass uns mal hier nochmal gucken, was haben wir denn hier so. Nichts von Belang. Nichts von Belang. Zur Küche. Ich hör's schon wieder knuspern, oder? Ne, doch nicht. Aber die Tür ist offen. Der Keller ist offen. Wir können in den Keller hinein. Jetzt wird's spannend. Jetzt wird's spannend. Erst nochmal kurz gucken, ob hier noch was ist. Bei mir hakt es auch an und an ganz schön. Noch nie so einen ungemütlichen Raum gesehen. Fuchs, bitte wackel nicht so sehr mit der Maus. Meine Katze dreht durch. Das ist ja geil. Grüße gehen raus an die Katze. Das ist wie so ein Laserpointer. Bei den Augen der Katze. Achtung, du musst jetzt mal auf die Augen gucken. Witz. 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 Grüße gehen raus an Diana. Sag mal, ob es bei dir läuft mit Twitch oder ob du auch Probleme hast. Ich hab heute mir wohl echt einen scheiß Tag ausgesucht. Also bei mir, ich hab mir so eine Anzeige, ne? Die zeigt mir an, ob der Feed zu Twitch mit Loss ist und ob alles geil ist und so. Und es ist alles tutti. Alles grün, alles bestens. Knuspern? Sorry. Hab gerade in Pizza gebissen. Bei uns gab's heute auch Pizza tatsächlich. Aber selbstgemachte. Und sie war... Aber bei solchen Point-and-Click-Spielen ist immer so ein Kantenmaler, der seine Farbeimer auf die Leichen ergossen hat. Warte. Bei Harvey's neuen Augen oder Etna bricht aus, ist doch immer einer, der mit einem Pinsel blutige Stellen zensiert, oder? Bei mir läuft alles flüssig. Seit Anfang an. Beim Jens läuft's. Das ist halt das Internetland Deutschland. Bei uns läuft das. Wir brauchen kein Internet an. Jeder möglich kann, ne? Hier steht offen. Da unten muss jemand sein. Ja, dann geh doch rein. Wir haben den Weinkeller gefunden. Ich bin im Paradies. Hier gibt's Bier. Hier gibt's Wein. Hier werden wir glücklich sein. Wir haben beim Einkaufen leider nicht dieses Pizzamehl gefunden. Ich sag, ich hab's beim Einkaufen noch nie gefunden. Noch nie. Deswegen hab ich's jetzt online bestellt. Und ich finde, es war ein sehr unangenehmes Gefühl, Mehl online zu bestellen. Aber es ging ja nicht anders. Und tatsächlich, es hat sich gelohnt. Also heute war's nochmal in der Ecke besser, weil der Teig halt noch länger gezogen ist. Und Alderfoco, es war wunderbar. Es war einfach nur wunderbar. Ohne Spaß. Achtung, wir reden gleich. Weinpässer voller Rotwein. Hört mal genau hin. Da war grad so ein... Hört ihr das Geräusch? Das ist eins zu eins das gleiche Geräusch von Gothic 1. Eins zu eins, 100%. Wenn der Falke jetzt noch hier wär, da würde er sich freuen. Es ist eins zu eins das Geräusch, wenn man bei Gothic 1 an diesem Schleifstein rumschleift. Es ist exakt das gleiche Geräusch. Exakt genau gleich. Siehst du, Cessi kennt sich auch aus. Läuft. So, ich scroll mal wieder alles ab. Hab ich sofort gehört? Ist ja geil. Mal sehen, was hier geschliffen wird. Wahrscheinlich die Kronkorken oder so. Brunnen. Noch ein Brunnen. Dieser Brunnen stammt aus den Zeiten, als das Schloss noch belagert wurde. Angeblich war er über ein unterirdisches Tunnelsystem mit dem Schloss verbunden. Aber das sind alles nur Legenden. Niemand hat diese Tunnel je gesehen. Klar kenn ich mich aus. Kommentiere, wie bekloppt deine Videos. Ja, ich weiß. Ich seh sie ja immer. Ich geh auch auf sie ein und beantworte sie alle. Und sie fließen ein. Ich hab schon wieder fleißig Notizen gemacht. Er ist fast 30 Meter tief. Aber das Wasser daraus ist nicht trinkbar. Da schwimmen immer Leichen drin rum. Deswegen kann man das nicht trinken. So. Aber find ich cool. Der ist noch aus der Zeit der Belagerung. Schön, wenn man belagert wurde, hier in diesem Raum einsperren. Bates, was ist da los? Das ist mein liebstes Zwiebelmesser. Ich brauche es, um Zwiebel zu schneiden. Es ist ganz stumpf. Es ist ganz stumpf. Na Bates, was ist hier los? Bisschen creepy jetzt so, ne? Bates. Ja, Sir. Okay, ähm, Springbrunnen. Bates, lässt sich der Brunnen im Garten ausleeren? Hm. Ja. Im Keller ist eine große Pumpe. Sie regelt den Wasserfluss für das ganze Schloss. Damit kann man den Wasserstand ändern. Nach dem, was passiert ist, halte ich es allerdings nicht für ratsam, ihn zu lehren. Und Inspektor Collier sollte vielleicht benachrichtigt werden, Sir. Ich gehe nur alle Möglichkeiten durch. Wir haben das Recht, herauszufinden, was geschehen ist. Verstehen Sie? Ja, ich verstehe. In dem Fall wäre es vermutlich das Beste, es niemandem zu sagen. Meinten Sie das, Sir? So ist es. Bates und ich, wir sind einfach Kumpels, ne? Das läuft bei uns. So, was, äh, sagen Sie denn zu dem... Ja, was mit Henry da passiert ist, Digga? Sie haben gesagt, Sie waren dabei, als man Henry aus dem Brunnen holte. Das war ich leider. Der Anblick war schrecklich. Ich muss Ihnen etwas sagen. Ich fühle mich verantwortlich für das, was ihm passiert ist. Warum sagen Sie so etwas, Sir? Nun, ich... Ich gab ihm die Anweisung, den Brunnen zu reinigen. Er wollte es nicht machen, aber ich beharrte darauf. So dürfen Sie nicht denken, Sir. Wenn er nicht getrunken hätte, wäre es bestimmt nicht passiert. Und ich habe gehört, wie Dr. Herman sagte, dass sein Todeszeitpunkt nach Mitternacht war. Es war nicht Ihre Schuld. Er hat ihn bestimmt nicht mitten in der Nacht sauber gemacht. Hm. Das hoffe ich sehr. Bates hat vermutlich recht. Henry ist höchstwahrscheinlich aus Versehen reingefallen. Wahrscheinlich. Oder Henry hat sich, weil du ihn gestern so fertig gemacht hast, abends ordentlich einen reingeknölzt, weil das was für ein Arsch... Richtig ordentlich die Kante gegeben. Und dann halt im Suftkopf, ich muss den Pooler sauber machen. Ich muss diesen Teich sauber machen. Ich muss den Teich sauber machen. Und dann ist er losgewackelt und hat den Teich sauber gemacht. Und dann ist er reingefallen. Ich sag's dir, Samuel, du bist schuld. Ja, Fuchs, das läuft mit euch. Bis er dich abmurkst. Der murkst mir nicht ab. Wir sind dicke Zwiebelkumpels. Wirklich. Sehr beruhigend, wie Bates mit dem besser rumwuchtelt. Der kennt sich aus. Wenn es einen gibt, dem ich zutraue, ein Messer zu handeln, dann ist es Bates, der in seinem Leben wahrscheinlich schon, keine Ahnung, 300.000 Tonnen Zwiebeln geschnitten hat. Er weiß, wie es geht. Er weiß, wie es geht. Reden wir über Robert. Haben Sie Robert heute gesehen? Ja. Sir Robert hat heute Morgen im Esszimmer Zeitung gelesen. Wenn Sie ihn sprechen möchten, finden Sie ihn bestimmt in seinem Arbeitszimmer. Der Inspektor. Ich habe mit Collier gesprochen. Wie Sie sich vorstellen können, hat er mir eine Menge Fragen gestellt. Worüber hat er Sie ausgefragt? Viele Dinge. Aber hauptsächlich interessiert ihn, wo wir Henry gefunden haben. Es war sehr unangenehm, alles noch einmal beschreiben zu müssen, Sir. Oh. Können Sie wiederholen, was Sie ihm gesagt haben? Nochmal? Ich habe schon befürchtet, dass Sie das fragen. Tja, wenn es sein muss. Ich wurde durch ein lautes Klopfen an meiner Zimmertür geweckt. Morris schrie etwas über Henry. Er war völlig durcheinander und brüllte zusammenhanglose Sätze. Er wollte, dass ich sofort mit ihm in den hinteren Garten komme. Zu dem Zeitpunkt ahnte ich noch nicht, was geschehen war. Gingen Sie mit ihm zum Springbrunnen? Ja. Und erst dort wurde mir klar, was passiert war. Ich habe einen Augenblick gebraucht, um mich zu sammeln, aber dann ging ich sofort zum Telefon. Wie spät war es da? Etwa sechs Uhr morgens. Collier und Dr. Herman trafen eine Stunde später ein. Das ist alles, Sir. Den Rest kennen Sie ja. Ja. Danke für Ihre Geduld, Bates. Herman! Wann ist Dr. Herman gegangen? Vor einer halben Stunde. Er brachte Henrys Leiche in die alte Leichenhalle. Hat er vielleicht gesagt, was er von all dem hält? Er hat sich länger mit dem Inspektor unterhalten. Aber ich habe keine Ahnung, worüber Sie gesprochen haben. Ich war so aufgelöst. Ich habe nicht richtig hingehört. In Ordnung. Das wäre alles, Bates. Also liegt Henrys Leiche in der alten Leichenhalle. Das ist anzunehmen. Morris. Was hatte Morris so früh am Morgen im hinteren Garten zu suchen? Er arbeitet doch im Stall, oder? Ja, aber manchmal hilft er auch im Garten. Henry kann nicht alles alleine schaffen. Ich meine, er konnte nicht. Mhm. Bates? Bates, warum nehmen Sie sich nicht den Rest des Tages frei? Mal wieder. Komm, nehmen Sie sich frei. Bei diesen Umständen müssen Sie nicht arbeiten. Nein, Sir. Ich möchte nicht herumsitzen und grübeln. Ich möchte mich lieber um meine Pflichten kümmern. Das hilft mir, mich abzulenken. Ich verstehe. Ich glaube, ich werde jetzt gehen. Ich wende mich wieder meiner Arbeit zu. Immer wenn jemand zu Samuel sagt, ich will dich darüber reden, kommt Samuel hier und ich müsste es auch mal hören. Der Elite Dragon ist da. Grüße gehen raus. Kannst du dich jetzt doch verblicken, wenn wir ruhig ringen oder was? Ich dachte, du hältst das nicht aus hier. Weil das so Gehirnschmalz mäßig ist. Was ist geschehen? So. Wenn ich jetzt Bates mit der rechten Maustaste anklicke, passiert da was anderes? Er sieht müde aus. Er schleift ja auch den ganzen Tag sein Zwiebelmesser. Da wäre ich auch müde, Alter. Irgendwo ist ja auch mal Ende. So. Gehen wir mal weiter in diese Richtung. Tanks. Dicke Äxte hier. Also, ja, läuft. Sie sind voller Trinkwasser. Der Keller ist ziemlich kalt, also ist das Wasser immer kühl. Aber irgendwann auch abgestanden und ekelhaft. Ich sehe nichts Besonderes, außer sauberem Wasser. Na gut. Zum hinteren Teil. Ist das hier so ein Folterkeller oder was ist hier los? Bates, ne? Wenn die Zwiebeln nicht akkurat geschnitten sind, dann, äh... Ach du Scheiße. Ich sehe schon die Rätsel. Oh, das wird bestimmt wieder irgend so ein... Ne? Ich habe irgendeinen Ohrwurm verpasst. Ah, da oben habe ich den Ohrwurm verpasst. Fass. So. Lass uns mal das Fass ansehen. Es ist leer. Da ist nichts drin. Noch nicht. Weinregal. Hier werden unsere besten Jahrgänge gelagert. Temperatur und Luftfeuchtigkeit sind hier ideal. Da gönne ich mir doch mal direkt einen Plopp. Ich sehe da Schalter an der Pumpe. Schalter und ich sehe da auch so Zahnräder und so. Da geht bestimmt noch was. Da geht bestimmt eindeutig noch was. Vielleicht nehme ich später eine Flasche mit. Jetzt habe ich dafür keine Zeit. Ja sicher, Wein geht immer rein. Das hilft beim Denken. Pumpe. Da ist sie doch. Die Pumpe ist Teil des Wasserverteilungssystems. Sie pumpt das Wasser unablässig rein und raus. Je nach dem aktuellen Bedarf. Je nach dem aktuellen Bedarf. Moin. Black Mirror ist ja richtig geil. Ist das Teil 1? Jo. Das ist das alte Original und Teil 1. Wir versuchen uns da gemeinsam durchzuretseln. Aber das wird schon. Das wird schon gehen. Bis jetzt. Bis jetzt kommen wir gut voran. So. Pumpen Regler. Das würde jetzt keine so schwer sein. Regler zur Wasserverteilung. Ich habe keine Ahnung was sie im Einzelnen bewirken. Ach auch. Klemmt ihr weg. Ja wie wäre es wenn wir weiter. Ich habe keine Ahnung was sie im Einzelnen bewirken. Okay. R.I.S. Und es fehlt auch noch ein so ein Ding. Also er geht wieder weg. Wir dürfen uns das noch nicht ansehen. Natürlich ist das schwer. Da fehlt ein Rätschen. Also wir müssen ein Rätschen finden. Und da müssen wir rausfinden was es bedeutet. Ja. Da kann nicht so schwer sein. Gut. Zum vorderen Teil. Dann mal direkt den Allwissenden fragen. Bates weiß doch immer Bescheid. Bates wie sieht es aus. Kennen Sie sich mit dieser Pumpe da aus? Bates. Hallo. Eben kurz mal bitte den Gothic Sound abstellen. Danke. Brauchen Sie etwas Sir? Ich habe eine Frage an Sie. Gewiss Sir. Dieses Rad ne. Da fehlt ein Rad. Bates. Diese Pumpe von der wir gesprochen haben. Ja Sir. Wir hatten die gebaut. Wie? Ich glaube sie ist defekt. Welches Ventil regelt den Wasserstand? Die Pumpe funktioniert schon Sir. Aber ein Zufuhrventil ist vor einiger Zeit abgebrochen. Der Wasserstand lässt sich immer noch mit den anderen Ventilen regeln. Man braucht nur einen Moment, um dahinter zu kommen, wie es geht. Woran kann ich denn erkennen, ob ich den Springbrunnen ausgeleert habe? Wenn ich mich recht erinnere, wird der Wasserstand des Brunnens in der zweiten Säule von rechts angezeigt. Ich werde es versuchen. Ich glaube, ich werde jetzt gehen. Ich wende mich wieder meiner Arbeit zu. Los geht's. Okay, jetzt wissen wir ja Bescheid, ne? Hängen da Zwiebel vor der Decke? Na klar, das ist ein Zwiebelparadies. Ich wollte es gerade auch schon erwähnen. Von der Cross hat wieder aufgepasst. Hier bewahrt Bates seine Lieblingszwiebeln aus. Aus langer Familientradition und Zucht. So, das ist also der... Ne? Der Gartenteich, Alter, mein Gehirn. Ich bin heute ein bisschen durch, ne? Ich drehe jetzt mal an dem Rad. Es passiert reell nichts. Oh, doch. Das war jetzt, ja, sehr einfach, würde ich sagen. Oder? Oder? Also, ich würde sagen, jetzt rein von meiner Logik jetzt her, würde ich sagen, habe ich alles richtig gemacht. Ja, gut, ist nicht alle, ist alle genug oder nicht? Das ist ja noch eine kleine Pfütze, dann drehe ich da nochmal dran. Okay, warte. Dann drehe ich mal hier dran. Da geht nichts mehr. Ach, man kann auch rechte Maus aus der A, alles klar. Nimm mal den nochmal. Und dann nimm mal den. Jawoll! Ich würde sagen, ich habe alles richtig gemacht, oder was, ne? Ich würde sagen, ich habe alles richtig gemacht. Hochbegabt, Alter. Ich sage euch das. Läuft bei mir, da kann ich mal gut schlafen. Ich kann mich selber hier, ne? Läuft. Richtig gut. Keine Ahnung, was ich da mache, aber einfach drehen, Alter. Einfach drehen und dann irgendwann klappt das schon. Einfach an den Rätschen drehen. Mit Rätschen kenne ich mich aus. Einfach dran rumspielen, bis es funktioniert. Ja, geil. Dann holen wir uns mal den Schlüssel, würde ich sagen. Komm raus hier. Ich kriege sofort Bock. Ich kriege sofort Bock, Gothic zu spielen, wenn ich das höre. Unnormal. 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 Ich freue mich auch so auf Samstag, wenn es weitergeht. Samstag ist wieder Gothic-Time bei mir. Ach, so. Okay. Dann mal raus. Auf zum Brunnen. So, Wasser ist weg. Dann gönn dir mal eben. Ich sehe gar nichts. Außer Schlamm. Außer Schlamm. Oh, jetzt komm. Wo ist dieser glitzernde Gegenstand? Ja. Brauchst du jetzt noch einen Metalldetektor oder was ist jetzt die Mission? Ein Symbol. Ein Symbol! Ein seltsames Symbol. Erstmal ist da der Schlüssel. Dies muss der Gegenstand sein, der am Boden gefunkelt hat. So, wir haben einen Schlüssel. Und dann haben wir ja hier noch dieses seltsame Symbol. Ein Symbol. Ähnlich dem von der Turmmauer. Seltsam. Wieder so ein Symbol in der Nähe einer Leiche. Verdächtig. Ein Symbol. Ja, ja, weiß ich doch. Seltsam. Weiß ich doch auch. Kamera. Ich mache ein Foto davon, wie beim ersten Symbol. Vernünftig. Dicke Hupen. Ich würde gerne erst einmal einen Samuel sehen. Ich habe irgendwas verpasst. Mit etwas Fantasie kann das alles möglich sein. Und da Bates ständig Leichen findet. Aber ich rate nur, ich kenne das Game nicht. Ich würde ja was verpassen. Will ich wissen, was für Eventualitäten dir da vorschweben? Äh, Kontext wieder verpasst hier bei mir. Aber ist egal. Absolut auf Spaß. Das ist das Wichtigste hier. Gut. Jetzt haben wir den Schlüssel. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder zurück in das Gartenhaus. So viel Zeit ist noch. Dann ist gleich die erste Pause, Leute. Die erste Pause. Wir sind wieder viele. Gerade eben waren wir wieder sehr wenig. So ein ständiges Auf und Ab. Deswegen hatte ich schon ein bisschen Sorge, dass Twitch echt heute komplett nicht funktioniert. Aber wir sind wieder normal viele, würde ich sagen. Zu meinem kleinen Kanal hier. Channel. Mal gucken. Mal gucken. Weit. Es geht um die Zwiebeln, die von der Decke hängen. Vielleicht, vielleicht ist das keine Zwiebeln. Ach so. Was soll das denn sonst sein? Dann ist das Knoblauch. Ich bin mir ziemlich sicher. Zwiebeln oder Knoblauch. Bup. Bitte öffnen. Und da ist der Brief. Da ist er. Papiere und einige Münzen. Der Schein ist nicht hier. Wo kann er ihn nur versteckt haben, um Gottes Willen? Jetzt ernsthaft? Das war's jetzt? Nicht ernsthaft. Wollen. Ein Brief. Er ist an Victoria adressiert. Nimm den mal ruhig. Madame, betrachten Sie dies bitte als Brief von einem anonymen Freund. Einer Ihrer Bediensteten ist nicht der, der er zu sein vorgibt. Vielleicht interessiert es Sie zu erfahren, dass er ehemaliger Sträfling und Dieb ist. Ich habe mehrmals beobachtet, wie er sich leise durch die alte Hintertür in den Schlosskeller geschlichen hat. Ich habe gesehen, wie er mehrere Flaschen Wein des besten Jahrgangs genommen hat, den Sie so sehr schätzen. Zweifelsohne hat er auch einige Ihrer Wertsachen mitgehen lassen. Ich habe beschlossen, Ihnen diesen Brief zu schreiben, um weitere Diebstähle zu verhindern. Der Name des Betroffenen ist Morris. Hm. Henry hatte vor, Morris zu erpressen. Ich bin gespannt, was Morris mir dazu zu sagen hat. Oho. Mhm, mhm, mhm. So ist das also. So wird ein Schuh draus. Der Morris. Morris, den werden wir doch mal direkt damit konfrontieren. Kann ich jetzt den Whisky noch mitnehmen? Ich habe Durst. Läuft nicht. Okay. Dann hat Morris auch bestimmt den Schein. Und wir machen einen Deal. Ich sage Morris, hör zu. Du klaust nie wieder was. Hm. Dafür darfst du hierbleiben. Und ich will dafür diesen Schein haben. So wird das sein. Okidoki. Dann zurück zu Morris. Wupp, wupp. Let's take go. Jetzt habe ich den Brief nicht mitbekommen. Ja, von der Cross, du wirst es gleich im Gespräch mit Morris nochmal hören. Dann wird das sicherlich ihm alles gleich brühwarm unter die Nase reiben. So wie Samuel es immer so gerne tut. Neon hat das gut zusammengefasst. Cloud. Zum Stall. Morris, ich möchte mal mit dir reden. Zum einen hast du den beschissenen Brunnen immer noch nicht abgedeckt. Und zum anderen habe ich da was rausgefunden über dich, mein Freund. Ich möchte nicht darüber reden. Ja, hallo. Morris. Ja. Hören Sie mal, Morris. Morris. Ich weiß, dass Sie aus unserem Keller Wein gestohlen haben. Ich, Sir? Wer hat Ihnen das erzählt? Niemand. Ich habe es in einem Brief gelesen, den Henry an Victoria schrieb. Und? Was sagen Sie dazu? Naja. Ich habe nur ein paar Flaschen genommen, Sir. Ehrlich. Es gibt so viele da unten. Ich dachte, es fällt nicht weiter auf. Es kommt nicht nochmal vor. Versprochen. Nein. Nein. In Ordnung, Morris. Aber ich behalte Sie im Auge. Hier haben Sie ihn. Was? Was? Da dreht er jetzt nicht am Rad? Ich gehe dann jetzt. In Ordnung, Sir. Äh? Äh? Also. Äh? Äh? Bei einer Liebe. Ich dachte jetzt, er schmeißt den direkt raus. Oder bringt ihn um oder sowas. Aber da sagt, weißt du so, wenn er den Brunnen nicht zumacht, ne? Wenn er den Brunnen nicht zumacht, dann werden fast die Klöten mit einer Angelschnur abgetrennt. Weil der scheiß Brunnen noch nicht zu ist. Aber wenn man mal so ein, zwei, drei Flaschen vom teuersten Wein klaut. Ach komm, da sind so viele da unten. Ist doch scheißegal. Ist okay. Er hat seine Prioritäten. Ja? Er hat seine Prioritäten. Ist okay. Ist, ist in Ordnung. Gut. Das heißt aber, wir sind jetzt an einem Dead End. Und nun? Er ist ein Hinterwäldler. Aber er arbeitet hart. Er repariert etwas. Eine innere Stimme sagt mir, dass ihm nicht zu trauen ist. Ja, ich weiß auch nicht warum, weil er klaut. Nachts irgendwie rumeiert. Wer weiß. So, ich bin jetzt ein bisschen, ja, keine Ahnung. Das bedeutet, wir sind wieder in einem Dead End. Und dann würde ich sagen, schnacken wir mit den Nächsten oder was? Hm. Ich hätte ihm den Brief zwar nicht gegeben, aber verpetzt hätte ich ihn noch nicht. So, ich verabschiede mich. Gute Nacht. Gute Nacht. Komm, gut zu liegen. Komm, gut zu liegen. Bis nächstes Mal. Eine innere Stimme. Na, ey, wenn du mal die Leichen, die Leiche untersuchen. Jetzt schon direkt. Ich hätte mich jetzt erstmal durch die anderen Bewohner eben noch durchgequatscht und dann die Leiche untersucht. Aber ich bin ganz bei dir. Lass mich noch eben einmal einen kleinen, kleinen Rundtonus drehen durch die anderen Bewohner noch im, oh, im Schloss. Und dann werden wir die Leiche untersuchen. Ist doch ein guter Plan, oder was? Oder was? So. Esszimmer waren wir schon. Gehen wir mal zur Bibliothek. Schauen wir da noch. Ach, guck mal hier. Victoria. Die Leiche ist noch da. Nein, nein, die Leiche ist ins, äh, ins, äh, Leichen, ins alte Leichenhaus Dingsbums gebracht worden. Aber da können wir bestimmt hingehen. Das ist irgendwo in der Stadt. Da können wir wahrscheinlich hingehen und dann gucken wir uns das an. Mit dem Doktor reden. Es ist Tag 2. Das ist auf jeden Fall auch auf dem Plan. Aber der Doktor wird jetzt aktuell nicht da sein, weil der Doktor ja die Leiche in die Stadt gebracht hat zum alten Leichenhaus. Die Frage ist, starten wir jetzt noch das nächste Gespräch mit Victoria? Ich versuch's mal eben. Äh, 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 Doktor Herrmann. Wo ist denn der Gude? Dieser Arzt, äh, Doktor Herrmann. Wohnt er in Willow Creek? Nein, er ist vor einiger Zeit in ein verlassenes Haus in der Nähe der alten Mühle eingezogen. Es ist in der Nähe der Straße nach Willow Creek. Das einzige Haus weit und breit. Ja, ich weiß, wo das ist. Danke. Bitte entschuldige mich jetzt, Samuel. Sehr gerne. Sehr gerne. Gut, bei ihr geht nichts mehr. Sie möchte alleine sein. Sie könnte das Buch ja mal eben hier vom Boden aufheben. Ist ja schon ein bisschen unordentlich so, ne? Aber dafür hat man ja Bedienstete, nicht wahr? Das macht man doch nicht selber. Gehen wir nochmal rein in die Bibliothek. Schauen wir mal, jetzt wo der Herrmann weg ist. Können wir nochmal einen Blick auf das Bild werfen. Doktor Herrmann. Jeremy Gordon. Williams Vater. Sonst noch irgendwas? Du, 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 du. Auf jeden Fall sind dann die Planeten. Ich liebe sie. Ich liebe sie. Zum hinteren Abschnitt. Ja, Han, ist so gut. Heike wäre jetzt stolz auf dich. Grüße gehen raus von den Falken. Vermissung ist eingeleitet. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir doch mal hier einen kleinen Break oder was? Ist doch eine gute Idee. Speichern wir mal eben noch gemeinsam. Und dann machen wir kurz fünf Minuten Pause. Dann könnt ihr euch wieder entspannt mit was zu trinken versorgen. Bisschen Knabber Kram. Riem 7. Und dann geht das gleich nach fünf entspannten Minuten weiter. Dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Bisschen Knabber Kram.